Musik 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 Eisenfragment, da gebe ich gleich in die Forge. Bitte, ja. Das zerlege ich. So. So, jetzt bin ich mittleren. Das ist schön mättig. Wo ist es? Musik 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 Das ist gesagt in die mittlere, oder? Ja. Meidlpistola. Hast du dieses Symbol des Blaues rechts unten? Ich bin gerade ganz... Ah ja, siehst du. Sorry, sorry, ich hab's. Ich hab's. Musik So, ja. Du darfst rein, ich... So. So, wir schauen... Das Zeug wächst schön, ja. Ich bin... Ah, okay. Okay. Du hast ihn? Ich dachte, du bist hinter mir. Ich hab die Tür offen lassen, so. Ich hab 20 Spikes, wo sie nicht schnell setz. Falte zu machen, oder? Ja. Ja. Hast du? Ja. Okay. Ja. Gut, ich lauf einmal da rüber. Ja, lauf mal. Ich komm nach. Geht's ja das wieder mal raus. Oh. Hm? Tibor grab da den Klee ab. Ja. So, die Jucke nehmen wir wieder mit. Okay, ist mir jetzt kalt oder warm? Ich glaub, mir ist jetzt kalt. 44 Fahrenheit ist, glaub ich, kalt. Dann werden Röntschuhe rausnehmen. Ja. Guter Plan, grad dabei. Ja, geht's schon ab. So, jetzt müssen wir leider wieder wirklich vorsichtig sein, weil es kann natürlich sein, dass sie da jetzt wieder Zombies eingenistet haben. So. Ich werd mal was trinken. Essen. Schaut aber ruhig aus. Ja. Bist du siehst du? Ja. So. Du warst ja oben und da war nix mehr, ne? Ja, genau. Also in der Zwischendecke. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Hm. Das hört sich nicht so an, als ob. Upp. Oh, da wär wieder wanzig. Du bist wo? Ganz hinten. Genau, da wo die Dame rausgekommen ist. Was? Was? Ne. Na, bei mir ist da niemand. Okay. Ich seh die grad vorbeilaufen. Hilfe, lasst mich raus! Hilfe! Die läuft wieder vorbei. Na, wo bist du rein? Was? Hey! Bist du denn reingekommen? Hm. Nein. Ah, da. Hm. Der wurde fest, okay. Auf der öffentlichen Toilette vor dem Geschäft sind zwei Ananasdosen unten im Waschbecken. Ein bisschen Dünger habe ich für dich. Hm. War der Dünger neben den Ananasdosen nicht? Hm. Nein. Okay. Ich brauche mal. Vier Meter. Schießpulver. Ja, den ganzen Arsch voll Waffenteile. Sehr schön. Ah ja, einen Kochtopf kann ich jetzt da mitnehmen. Da gehen wir ein bisschen Leder raus. Okay, und da durch die Tür, da müssten wir auch noch mal. Da weg geht sicher jemanden auf. Na, da bin ich gerade auch draußen gewesen, oder? Da ist nichts. Was heißt draußen? Da kann man außen rum rum gehen. Da kann man außen rum rum gehen. Ah ja, da muss man zahlen, ja. Das ist so ein Automat. Ah ja, genau. Das war ja das Büchchen. Mhm. Das ist nicht mehr. Auch raus. So, irgendwo war da noch eine Kiste oben. Und das ist schön. Da war genau, da war so ein Lederquatschen. Warst du da drinnen, wo die Dame aus, in den Toiletten? Ja, in den Toiletten war ja. Und da ist ja jemand rausgekommen gerade, oder was? Na, letzten... Ach so, beim letzten Mal. Beim letzten Mal. Okay. Hm, ich geh. Hä? So, hab ich da oben alles mitgenommen. Das da vielleicht? Zu nah. Bist du draußen? Da bin ich. Wo ist da? Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. So, fertig meiner... Ja. Mit meiner Ansicht nach... Hm. Nein! Da war noch was. Okay. Da habe ich was übersehen. Kein Problem. So. Na ja. Du, ich konnte da hinten nicht drauf. Da war die Leiter. Siehst du, das machen wir noch. Ah ja. Ja, genau. Da war was mit der Leiter. Da. Sonst die Mülltonnen zu hast. Habe ich. Gut. Schauen wir mal. Wo... Ah, ja. Mhm. Das ist... Sieht grad nicht raus. So. Ah, jetzt. Könnte natürlich auch irgendwo ein Zombie herumkröchen. Mhm. Nein. So ist es leer. Ups. Da ist ein Vogelnest. Und das war's. Ja, relativ unspektakulär. Okay. Okay. Ah, da ist noch was. Eine Handtasche. Ja. Ah, da ist auch... Ach ja. Sieht man fast nicht. Mhm. Ein Essen. Sehr schön. Ja. Okay. Ich glaube, das war's. mit dem Raum. Irgendwie schaffen, da runterzukommen. Das mittlere war's. Ja, so. Ups. Ah, zack. Na, das habe ich gebraucht. Ah, Schlange. Schlange. Kein Beinbruch, oder? Nein, Schlange. Unten. Huh. Ist die gesprungen? Ja. Alter. Ja, geht's noch, oder was? So, ich hau mal ab da. Spring du auf der anderen Seite. Na, nicht da. Wow, du hast ja Glück. So. Laufen, laufen, laufen. Äh, ich mag Schlangen nicht. Ist die nicht... Hat die ja nicht bissen, oder? Oh, nein. Ich sehe nichts. So. Ja, wir bewegen uns Richtung Hämert. Aber da war auch noch... Was hat er? Oder ist das schon so... Ach, das ist schon so... Ähm, na ja. So, was ist da? Ja, dann können wir die Häuser dann machen. Da ist jetzt so... So ein... Bargebäude ist da noch. Oh ja. Dann machen wir da die. Oh! Hm? Er ist eine Spitzhacke. Ein Grau. Na cool. Trotzdem. Wirklich. Ja. Lieber wär mir eine Ranch, weil da könnten wir den... Ein Werktisch machen. Hm. Ja, aber bei dem Rundgang haben wir ja einige Geschäfte gesehen, da wird irgendein Werkzeugladen also dabei sein. So, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich gescheit, was da ist. Und da Zombies drin sind. Aber ich muss eben durch rein. Mhm. So, hab ich dann eigentlich schon Federn... Nee. Siehst du was? Ja. Da hier vorne ist immer nix. Da ist alles clean. Dann stelle ich da äh... Zwei Brains rein. Zack. Kopfexplosion. Fast. Jetzt schauen wir mal nach oben. Mhm. Es ist da zwar nur eine Metalltür herunten im Erdgeschoss, aber ich glaube, bevor ich die aufschlag, schau ich lieber mal oben. Oh ja. Oh ja. Mhm. Komm, ziehst du's runter? Ich versuch die Kletzer mal legen. Der ist fertig. Okay. Ja. Na schau. Cooler. Dreimal. Ja, kannst nach oben kommen. Oder die Tür aufmachen. Da steht ein riesen Gun-Safe. Oh, da sitzt da nicht... Okay. So, und die schauen nur aufs Dach rauf. Die ist wach. Shit. So, jetzt ein Tier. Ich weiß gar nicht, ob die rauskommt. Oh, oh. Ich hab da auch einen. Ja. Ich hab da auch einen. Ja. Komm runter. Ich glaub, die ist gefangen. Ich mach mal den Grappler da. Ja. 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 Ich muss doch, dass da nicht mehr drinsitzt. Aber sonst hätte ich die oben aufgewischt. Das wären mehr gewesen. Ja. Ja. Ja, was ist jetzt? Schluck den scheiß Wind? Achso. Ah ja, da hat der Steinachstest. Kann man eigentlich durch eine Tür durchschießen? Nein, bis zum Schluss noch. Sehr dämlich. Komm schon, Mädchen. So, ich komm nach unten. Alter, ich seh sie. So, ich bin dran. Und das war's. Oben ist noch zu liegen oder zumindest was zu durchsuchen. Okay. Alles erledigt. Warst du am Dach? Am Dach war ich. Ist fertig. Ah, ich kann nichts mehr aufnehmen, glaube ich. Okay, komm schon. So, dann zerlege ich die da oben. Oh, ein Fass. Ich hab's mal eingepackt. Ach so, weil die da müsstest du auch noch einen Loot aufnehmen von den zwei Skelette da. Mhm. Okay. Ähm, das wird gescrubbt. So, und dann nehmen wir da irgendwo vielleicht zusammen. Das wird gescrubbt. Okay, 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 okay. Ähm, Bücherregal. Du tust mal rein. Denkst du mir. Mhm. Ich bin eh auch schon voll. Rotting Flasche, die Mais, Mehl, Kaffeebomben, Nitrat, Pulver. Nein, nein, nein. Leder, Knochen, Eisen, ähm, Lid. Leere Gläser, Eisen habe. Stoff habe ich. Leere Gläser kannst du mir reingeben. Eier. Nein. Schießpulver. Nein. Stoffwitzen. Ja. Kannst du an mir reingeben. Messing? Äh, nein. Okay, gut. Im, wo? Im Bücherregal. Okay. Ich esse es jetzt. So, äh. So. Ah, den Kochtopf kann ich zerlegen, oder? Den kannst du zerlegen. Ja, passt. Eisen, leere Gläser. Ich lege ich auch nochmal. Passt, ja, genau. Gut, bitteschön. Papier? Ja. Okay, das lege ich dir wieder rein. Ja. Dann habe ich auch wieder ein bisschen am Platz. So, geht. So. Okay. Okay. Wahrscheinlich draußen irgendwo. Ja. Da liegt einer. Ja. Und da drin ist der Safe. Ja, cool. Ich werde mir das nicht merken, wo wir über Safe sind. Ja, ich habe gesagt, ich dachte, wir sollten vielleicht außen irgendwas anbringen. Da hast du eh alles. Ja. Okay, gut, dann abmarschen. Ich glaube, das Papier... Was? Ah, da kommen wir uns. Hint raus. Die sind vorbeigegangen. Echt? Ja, die sehen dich nicht durch die Wut vorhin. So. Da kommt noch einer. Uah, der hat mich gesehen. Der geht wie der Rettel. Ja, besser aufmachen. So. Okay, und raus. Kannst du diesen nehmen? Was? Jukka-Fruits habe ich schon welche, oder? Ah, so. Ja, außerdem habe ich jetzt wieder was frei. Ja, und ich habe Jukka-Fruits. Okay. So, wo ist das Bette? Da ist das Bette. Hm. Ja, macht man die beiden Zombies, oder? Ja, genau. Wir bauen hier... Sofern wir, äh... Ja, legen wir halt den Loop noch in ein Auto. Ja. So, dann zerlegen können wir uns ja. Oh, welche. Bisschen Holz. So, irgendwas kratten. Guck mal. Ja, doch. Was? Wo? Oh, cool. Bist du? Ah! Wow, fuck, wo kommt denn die her? Steht plötzlich hinter mir eine Zombie-Dame. Sehr merkwürdig. Wo war's denn die, Bette? Keine Ahnung. Ähm, ich habe aus dem, aus dem, aus dem WC, äh, komplette Pistole, inklusive Munition oder was. Cool. Ist zwar leider nur in Grau, aber, ist so wie nix. Da war noch ein Desk, okay. Da war noch ein Desk, okay. Na gut. Na gut. 20.33 Uhr. Am Retourweg ein bisschen Holz. Mhm. Ich schaue noch, wozu breit ist. Naja, das habe ich schon was. Wie viel kann ich machen? Ich lebe da noch ein bisschen rein schon. Acht. Oh, Rucksack. Ja. Hast du in die Bau-Ruine da? Taschenlampe in Grau. Ja. Cool. Ja, nur ich kann nix mehr. Eier, goldenrot, irgendwas, Pfeilspitzen. Äh, Eier habe ich nicht. Nee. Nix. Munition, 9mm. Ich brauche Holz. Nix. Kannst du die Taschenlampe da nehmen? Hm. In dem Rucksack. Ja. Wo ist es denn? Die Springdome. Ja, sie ist. Ups. Ups. Da liegt der Rucksack. Aha. Ui, da steht eine. Was, wo? Na im Nebengebälle. Ach so. Wenn du da so reinschaust. Und da oben gibt es ja auch noch was, gell? Da steht schon wieder eine Gangsriff da oben. Das gibt es ja nicht. Ah, scheiße. Ich kann die Kohle nicht nehmen. Wollst du. Lass es liegen. So, ein bisschen Holz. Da ist ja schon wieder ein Zombie. Zombie-Time. Ich habe acht Spikes, die werde ich jetzt nur setzen. So. Wo brauche ich die? So. Gleich ist es halb zehn. Hm. Ich setze noch die Passpikes. Hm. Ah, das war das, wo die Wand da, wo sie durchgehört hat. Bei den Felsen da. Mhm. So. So. Toll. In der Wegfindung haben sie es noch nicht gehört. Sieben. Ach so, ja. Kann ich nicht mehr. Ach so, ja. Standort nehmen wir mal. Gut. So. So. Zur die Buhle. Hm. Dazu gemacht. Ja, Pistole. Geil. Ah, Waffen sind links drin? Ja. Mitte. Mitte. Okay. Okay. Glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Tum, 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 tum. Ja, das ist, glaube ich, verteilt. Hm. Ich glaube, Waffenteile habe ich in der Mittleren und da drüben sind aber auch, sehe ich gerade, Pistolen drin. Hm. Ja, wir müssen jetzt einmal Waffenkiste machen. So. Ich roll da noch das Bier weg. Ach, das auch nicht. So. Das ist alles Essen. Das kommt da drüben. Das ist Rottenfleisch. Das gehört auch rüben. Und die Stoffflöste. So. Ich bin jetzt in der Mitte. Ah, okay. Dann gehe ich rechts. Ja, bitte. Nahrungsmitteile. Da haben wir da große Rindfleische. Sehr gut. Sehr gut. Das ist immer unsere so, unsere harte Ration. Oh. Konserven. Also ewig halten. Gut. So, wenn die ist heute alles ewig. Äh. Na gut. Na gut. Ich hoffe es einmal ganz eng wird. So. Mehl habe ich wieder. Sehr schön. Ähm. Kaffeebohnen. Das, 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 das. Das gehört alles gleich in die Mitte. So. Und ich bin jetzt links drinnen. Stoff. Goldenrot. Oh. Das kommt da rein. Waffenteile. Na bitte. Das Leder kommt da her. Die Knochen da. So. Das drinnen wir da gleich rauf. Gleich, gleich. Ich habe es gleich. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir wieder einiges gefunden. Ja. Das uns das Leben erleichtert. In den nächsten Tagen. So ist es. Gut. Gut. Also. Wenn es euch gefallen hat. Ich lege da noch das Fass raus. Nicht, dass es mich freist. Hm. Äh. Wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Schaut wieder rein. Wenn wir. Weiter machen. Genau. Ciao. 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 Ciao.